Hallo zusammen, rechtzeitig mit dem schönen Wetter und der warmen Temperatur haben wir bei uns die neuen Frühungsmodelle des Running. Und eines Highlight habe ich bereits in den Händen, den Nimbus 25. Jetzt müsst ihr nicht denken, den Nimbus 25 kennen wir schon seit eh und je. Ja, das ist schon richtig, aber der Nimbus 25 ist komplett neu geworden. Der ist ründer geworden, hat etwas mehr Dynamik bekommen, einfach ein anderes Laufgefühl. Ist aber immer noch gut für alle, die sich von Nimbus gewohnt sind. Aber sowieso auch gut für Leute, die einen neuen kennenlernen wollen. Ebenfalls eingetroffen bei uns sind die neuen Schuhe der Onn. On Cloud Runner, On Cloud Goat, ebenfalls kommt der Surfer der Neue. Hinweisen möchte ich aber vor allem auf eines. Alle, die immer bedenken können wegen der Sohle und der mit den Steinen geht überhaupt nicht. Ja, das sieht nicht mehr so aus. Wir haben neue Sohle bei der Onn, wo wir jetzt effektiv auf allen Terrain sehr gut laufen können. Das Laufgefühl ist aber nach wie vor immer noch hervorragend. Es lohnt sich, kommt bei uns vorbei im SCS, probiert die neuen Schuhe der Onn. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von unserem grossen Sortiment bei uns im SCS. Also, nehmt die alten Schuhe mit, kommt bei uns vorbei und lasst euch beraten. Ich freue mich auf euch bei uns im SCS.